Hallo ihr Lieben, so heute ist wieder Sonntag und es ist jetzt wo ich es gerade aufnehme, nämlich am Samstag, unheimlich warm draußen und genau, also ich hoffe ihr kommt jetzt gut durch die Hitze. Ihr seht schon, ich habe heute wieder ein Epoxy-Tarts-Projekt und habe dafür auch wieder Resin vor Dekor genommen und ist für mich halt wie gesagt immer noch das Beste. Ihr seht schon, das ist ein alter Becher, da ist auch schon ein bisschen Gebrauchsspuren dran und genau, ich habe jetzt dann wie sonst auch das Epoxy-Tarts angemischt, einmal mit Hertha und einmal mit Resin. Dort bei dem, was ich jetzt benutze, ist es eins zu eins gemischt und also das heißt ein Teil wird mit Harz oder Hertha besser gesagt und einmal mit dem Resin gemacht mit dem Harz und dementsprechend ist das für mich jetzt immer so die einfachste Variante, das heißt ich wiege das immer ab mit so einer kleinen Waage, die halt schon sehr genau auch abwiegt und ich hatte früher immer mit so einer größeren Waage, aber habe mich dann doch entschieden, dass ich halt ein bisschen detailgenauer das Abwiegen machen wollte, weil ich glaube, dass das besser ist und genau und wenn man es erstmal normal bloß reingießt, ist es noch transparent, aber ihr seht schon, so wie ich es jetzt gerade eben rühre, ist das dann milchig geworden und ihr müsst jetzt relativ lange rühren und dementsprechend dann eben auch schauen, dass dann diese Schlieren halt auch weg sind und genau. Ich mache also dementsprechend jetzt einfach mal den Turbo an, weil das halt doch eine Weile dauert und ich würde euch damit nicht langweilen. So und hier der Turbo im Turbo-Gang und genau, während ich jetzt also dort rühre, achtet immer drauf, ihr müsst Handschuhe tragen, ihr müsst auch eine Maske tragen, das ist ganz wichtig, damit ihr euch da einfach gut schützt. Und das ist einfach ein wichtiger Part, bitte immer darauf achten, dass es einfach, da können große Schäden sonst entstehen, wenn ihr da nicht gut auf euch aufpasst. Ja, ansonsten, genau, ich habe jetzt, es sieht nicht komplett klar aus, das hat aber auch seine Gründe, nehme ich, da sind ganz viele Bläschen entstanden, ich habe sie dann, kann ich schon vorwegnehmen, schon ein Stück weit rausbekommen dann auch, aber es war jetzt gar nicht so einfach und da war aber einfach dem geschuldet, dass ich irgendwie nicht ganz so schön gerührt habe. Ja, ansonsten, ich gehe davon aus, ihr könnt ja schon ahnen, was für eine Form das sein wird. Genau, also ich werde es aber noch nicht verraten, ihr werdet es dann schauen und aber ansonsten, das heißt, ich habe es einfach reingegeben. Es hat auch gerade so gereicht, also es war ausnahmsweise gut abgemessen. Ich bin ja sonst beim Epoxidharz immer, dass ich relativ viel nehme, wo natürlich beim Acrylicporing ich eben halt oft zu wenig nehme, also bei mir ist es immer sehr durchwachsen. Ich habe es dann auch einen Moment kurz mal hoch und runter, dass die ganzen Bläschen auch nochmal hochkommen mit dem Feuerzeug dann auch nochmal drüber, da müsst ihr gut aufpassen. Ich habe einmal nicht ganz so richtig aufgepasst, da ist es dann ein bisschen zu heiß geworden an der Silikonform, weil damit könnt ihr euch ganz dolle die Silikonform kaputt machen. Aber mit dem Feuerzeug bekommt ihr halt wirklich ganz gut auch die Bläschen dann wegbekommen und dadurch ist das erstmal eine gute Variante, da jetzt das Ganze rauszubekommen. Andere machen es mit einer Heißluftpistole oder Föhn, ich weiß nicht genau, wie man es jetzt nennt. Ich habe bisher noch nicht den richtigen gefunden für mich und hatte schon ein, zwei hier zu Hause, habe dann festgestellt, nie, das passt nicht, habe sie dann also wieder zurückgeschickt und dadurch kann ich euch da zum Beispiel keine Empfehlung geben und habe es jetzt eben aktuell immer mit dem Feuerzeug gemacht und genau. Ansonsten, ich möchte nämlich diesmal wieder mit Alkohol-Ingfarben das Ganze machen und genau, ihr seht schon, ich packe jetzt ein Zeva drunter, weil es einfach irgendwie hat das für mich jetzt besser gepasst. Fragt mich jetzt nicht mehr, warum es schon ein, zwei, drei Tage her. Es hat immer seine Grüne. So und während ich dann das tropfe, das heißt ich mache jetzt immer einen farbigen Tropfen und dann kommt noch ein weißer Tropfen jeweils drauf. Das ist relativ wichtig, damit eben die Farbe auch nach unten geht. Das weiß ist ein Pinata-Weiß. Das hat sich bisher so als am besten herausgestellt und habe jetzt, wie gesagt, dadurch mit unterschiedlichen Farben, weil ich dachte, die könnten eventuell ganz gut zusammenpassen, habe ich dann erst mal reingetropft. Ja, während ich jetzt tropfe, falls ihr euch das Video gefällt, falls ihr Fragen habt oder ähnliches, schreibt mir im Zweifel sehr gerne in die Kommentare. Ich versuche das dann beim nächsten Mal mit zu berücksichtigen. Ich werde jetzt ein, zwei Sachen auch auf jeden Fall noch gießen. Ich mache es ja als Hobby letztendlich und also dadurch für mich ist es gar nicht gewerblich und schaue halt immer, was kann ich gießen, womit kann ich zum Beispiel jemanden eine Freude machen und dadurch ist das keine Regelmäßigkeit, die ich jetzt da irgendwie habe. Und aber wenn ihr dann eben Fragen habt, kann ich das jetzt so in nächster Zeit auf jeden Fall noch mit reinnehmen, weil ich sowieso noch ein, zwei Sachen gießen wollte. Und genau, ansonsten, wie gesagt, gerne einen Kommentar. Ihr dürft mir auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr dürft auch gerne abonnieren. Freue ich mich sehr drüber. Wir sind aktuell über 300 und ich hoffe, dass werden noch ein paar mehr. Ich freue mich tatsache immer sehr drüber, wenn da noch einer dazu kommt. Und ich lade ja in der Regel sonntags hoch und habe unterschiedliche Sachen, die ich hochlade, ganz viel basteln habe, bin aber eben auch jemand, der sehr gerne Musik hört, der zu kleinen Locations geht und dort halt auch gerne mitfilmt. Und dementsprechend ist das dann eine Möglichkeit, wo ich halt schauen kann, was ich halt hochlade. Und das lade ich halt in der Regel sonntags hoch. So, hier seht ihr, es ist mittlerweile hart geworden. Ich hole es aus der Form raus. Und das hat so einen Milchglaseffekt. Ich finde das sehr, sehr schön. Ich finde, das Ergebnis hat sich gelohnt. Auch wenn diese geploppten Farben, also die, die so sehr hervorstechen, sind nicht immer die schönsten. Aber ich mag Tatsache, diesmal klappt das. Sieht das wirklich schön aus. Und genau. Und wer es bis jetzt noch nicht erraten hatte, es ist eine Seifenschale. Und ihr werdet es vielleicht auch ahnen, ich werde natürlich auch wieder Seife gießen. Das werde ich jetzt die Tage dann hochladen und hoffe, ihr habt dann so ein bisschen Freude dran. Und genau. Ansonsten, wie gesagt, schreibt mir gerne, wenn ihr noch was wissen wollt oder was ich nochmal zeigen soll. Und dann hoffe ich, dass ich euch da ein bisschen was zeigen konnte. Genau. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag und bis nächste Woche. Tschüss! Tschüss!